Boah, schaut mal, ich hab TNT bekommen. Das ist richtig cool. Ich werde dir alle in die Luft jagen, Leute. Prexy, bist du das? Ja, jetzt werde ich... Du kannst mich gar nicht sehen. Doch, ich schieße dich mit meinem Bogen ab. Piu. Wow, ich habe alles kaputt gemacht. Der explodiert einfach, wenn man schießt. Wie cool. Entweder ich werde dich jetzt erschießen und das Ganze werde ich gewinnen. Ja, ich habe ganz viel Herzen bekommen. Bist du dir sicher? Oh mein Gott, Leute. Und damit wir kommen zu einem neuen Lucky Block Battle. Und heute gibt es etwas richtig Besonderes. Denn wir machen heute einfach eine ultimative Lucky Block Insel Challenge. Ihr seht, jeder hat seine eigene Plattform. Und ihr seht, ich stehe hier auf meiner Insel. Da drüben steht mein Freund Prexy. Hallo. Hi, Lumi. Und da drüben ist mein kleiner Bruder Jimmy. Was geht, Lumi? Und ihr seht schon, wir haben heute nicht nur einen Lucky Block. Wir haben ganz verschiedene. Schaut mal, gelbe, rote und dann noch so rote, wo irgendwie so eine Diamantbrustplatte drauf ist. Das heißt, wir haben heute ganz verschiedene Lucky Blöcke. Das ist so cool. Das sind alles meine. Ja, denn es wird sich gleich entscheiden, wer der Beste ist. Und wir haben längst nicht hier oben überlebt. Wenn ihr Lust auf die heutige Folge habt, lasst auf jeden Fall unbedingt jetzt ein Like da, Leute. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, beginnt der Timer. Und dann geht's los. Drei, zwei, eins. Los geht's, Freunde. Ich hab ne Rüstung. Ihr habt ja schon abgebaut und ihr habt direkt gute Sachen. Okay, ich baue jetzt auch meinen ersten Lucky Block ab. Und schaut mal, Leute. Ha, ich hab einfach Diamanten bekommen. Schaut mal. Oh, das ist gemein. Oh, das ist so cool. Und hier ist sogar ein Hühnchen. Das beschützt mich jetzt, Leute. Ich hab einen Lucky Trank. Einen Lucky Trank? Oh, den hast du weggeworfen, du Blödmann. Guck mal, was ich anhab. Guck mal, was ich anhab. Oh, guck mal, was er für einen coolen Helm hat. Ich glaub, der hat den Lucky Block hier abgebaut. Den muss ich auch jetzt abbauen. Drückt mir die Daumen, Leute. Und ich baue ihn ab. Oh, schaut mal. Da ist so ein Schuh rausgekommen. Braxy, ich hab jetzt auch coole Schuhe. Schau mal. Hm, die sehen ja richtig cool aus. Willst du tauschen? Äh, dafür musst du erst mal rüber... Ah, da war eine Spinne, Leute. Ich musste die retten. Oh, Mann. Die bauen schon so viel ab. Ich würd sagen, Leute, ich baue jetzt als nächstes einen roten Lucky Block ab. Und? Hä? Was ist... Was hab ich hier denn bekommen? Hä? Was sind das für komische Sachen? Was auch immer das ist. Ich... Ich werd's auf jeden Fall behalten. Und die schießen sich schon ab, Leute. Während die beiden kämpfen, werd ich hier ganz in Ruhe weiter meine Lucky Blöcke abbauen. Und... Ich hab... Was hast du denn gemacht, Braxy? Ich hab ihn verhindert, dass er weiter bauen kann. Guck hier. Hey, was ist denn hier los? Dein ganzer Lucky Block ist jetzt voller Steine. Haha. Ach, Mann. Leute. Aber ich hab wieder dumme Schuhe bekommen. Hm, egal. Ich zieh die an. Und... Leute, das sind ganz besondere Schuhe. Schaut mal. Die geben mir bloß 50. Hä? Oh, die kämpfen. Das hast du davon. Oh, du hast mir Lucky Potions gegeben. Dankeschön, du Dussel. Ja, ich baue jetzt auch einfach neue Lucky Blöcke ab. Oh, die geben mir eine Lederrüstung. Und schaut mal. Die sind schon richtig am Kämpfen. Ich werd mich gleich einfach einmischen. Kommt, Leute. Ich baue jetzt nochmal den hier ab. Der muss mir jetzt neue Rüstung geben. Und... Hä? Emerald Chessplate. Ist das etwa eine Emerald-Rüstung? Boah. Guckt euch an, wie cool die aussieht. Schaut mal. Ich hab ne Emerald-Rüstung. Oh, ich will auch eine haben. Dann holt ihr euch doch eine. Ich baue jetzt weiter meine Lucky Blöcke ab. Und... Heroes Potion. Was kann die, Leute? Die hat richtig viele Sachen. Die werd ich mir aufheben, wenn ich am Ende gegen die beiden kämpfen werde. Aber jetzt bauen wir erstmal den nächsten Lucky Block ab. Und ich hab richtig viele Blöcke bekommen. Ich bräuchte jetzt als nächstes mal eine Werkbank. Dann mache ich mir nämlich ein Diamantenschwert. Und... Ey! Brexie, Brexie, was wird das? Geh auf deine Seite zurück, ja? Okay. Aua! Oh, guck mal. Ich baue jetzt weiter ab und... Oh, ich hab... Oh, ich hab ein paar Sachen bekommen. Ich hab schon ein Schwert bekommen. Damit... Aua! Ey! Oh, du hast mich vergiftet, du Blödmann! Ha! Tschüss! Oh nein, Leute. Ich werde jetzt diesen Zaubertrank trinken. Dann werde ich zu Brexies Seite gehen und ihn runterschubsen. Runterschubsen. Passt auf. Komm doch, wenn du nie brauchst. Ich trinke jetzt die Superman Potion. Und... Boah! Guckt, was ich alles hab. Jetzt schleiche ich mich auf Brexies Seite und werd ihn angreifen, Leute. Das wird so lustig. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Nimm das! Was? Oh, au, au. Okay, okay, hör auf. Ich auf, ich auf. Ja? Hörst du auf? Oder soll ich dich runterschubsen? Dann bist du... Nein, 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 nein. Direkt raus. Du weißt, wer runterfällt, ist raus, hä? Ist okay, Lummi. Tut mir leid, okay? Ja? Wenn du das nochmal machst, hau ich dich, hörst du? Oh nein, nein, nein. Okay, okay. Tut mir leid. Hm? Ja, ja. Hey! Hey! Ihr habt mich vergiftet. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Schnell lieber auf meine Seite. Ich werd dir alles zubauen. Oh, Leute. Sag mal, was... Was machst du eigentlich da drüben, Jimmy? Warum hast du einen Skelettkopf auf? Ich bin ein Buddha. Was machst du da? Wollen wir uns verbünden? Ich werd Braxy eine Falle stellen. Ich werd ja sagen, aber werd ihn runterschubsen. Ja, lass uns verbünden, Braxy. Komm ruhig auf meine Seite. Oh! Runter mit dir! Hey, was war das? Das hatte ich nix anzugehen. Kommt, Leute. Wir bauen jetzt den letzten... Oh, besonderen Lucky Block. Ja, aber... Wollen wir uns verbünden? Okay, Gloomy. Der hat die ganze Zeit böse Sachen zu dir gesagt. Ja, warte. Ich geb dir TNT hier. Oh, das ist der Beste. Das kann nicht sein. Leute, schaut mal. Ich hab grad so eine Redstone-Spitzhacke bekommen. Damit können wir anscheinend richtig schnell abbauen. Ich werd einfach gleich die Lucky-Blöcke von den beiden abbauen. Hihi. Oh? Wow! Wow! Oh! Ein Wither ist ausgekommen! Weg mir, Leute! Jetzt war's das mit dir! Ha! Ich hab ihn besiegt. Mit meinen... Mit meinem Dreizack. Braxy! So, ich würd sagen, ich baue jetzt den nächsten roten Lucky Block ab und... Boah! Schaut mal! Ich hab TNT bekommen! Das ist richtig cool! Ich werd die alle in die Luft jagen, Leute! So, ich baue jetzt den nächsten roten Lucky Block ab. Und... Hä? Der... Hä? Guck mal, der hat wieder so komische Sachen getroppt. Und diesmal sogar... So was? Was denn? Hä? Ich muss dir was sagen, Lumia. Hat TNT bekommen. Oh! Ey! TNT? TNT? Stopp mal! Ich hab was bekommen! Schaut mal! Ich hab einen Zauberstab! Den muss ich direkt mal ausprobieren. Warte, ich hab noch einen roten in meinem Inventar. Wo kommt der denn her? Den muss ich auch noch abbauen. Was ist das? Hm. Egal, Leute. Das werf ich weg. Ich werd das jetzt ausprobieren. Aua! Hört auf, auf mich zu schießen. Ah! Ihr könnt noch sehen, was passiert. Ich werd nämlich jetzt den Zauberstab ausprobieren. Und... Brexi, komm mal zu mir! Tada! Uah! Hä? Wie cool ist das denn? Oh, hab ich dich eingesperrt, du Loser! Ha! Lass mich hier sofort raus, bevor ich dir meinen Dreizack in den Kopf werfe. Oh, wie cool! Hä? Jimmy, du hast... Gar nichts zu melden! Ha! Au! Was hast du gemacht? Hilfe! Der Lucky Block hat mir einen Zauberstab gegeben. Ich hab euch eingesperrt, ihr Dummköpfe. So, und jetzt, wo ihr hier eingesperrt seid, was haltet ihr davon, wenn ich's euch ein bisschen warm unter dem Hintern mache? Brexi! Brexi, nein! Lumi, das war doch nicht so gemein. Ich mein, wir sind doch Freunde, richtig? Also, ich weiß nicht. Und ich geb dir sogar Lucky Potion. Guck, ganz finnig. Ich bin dafür, dass wir's dir... Aua! Hä? Hey, du blödbein! Ja, mach ihn fertig, Brexi! Aua, ich brenne! Das... Oh, 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 aua, aua! Oh nein, das... Das wirst du wiederbekommen! Na, warte! Jetzt zeig ich dir es! Nein! Oh, 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 oh! Ich werd sterben, du Dummkopf! Oh, bam! Nein, Brexi! Hä? Das was mit... Brexi? Hä? Nein! Das kriegst du zurück! Wie kannst du noch leben? Hm, dann ist also jetzt mein kleiner Bruder an der Reihe! Nein, 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 ich fliehe! Oh, ich hab ne Netherite Pickaxe! Komm schon runter hier! Nein! Ich komm... Was? Ich komm zu dir! Verschwinde! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, Lumi! Oh, du bist gemein! Hallo, was geht, Kleiner, hinter dir? Was ist so... Überraschung! Nein! Ich spring gleich, Lumi! Nee, du... Ah, und da! Oh, das war knapp, Mann! Lumi! Verschwinde! Oh, das wirst du wiederbekommen, kleiner Bruder! Schnell abbauen, schnell abbauen hier! Ich muss was Gutes bekommen! Vielleicht sollte ich dich mit meinem Schwert erledigen! Haha! Das war's mit dir! Nein, ich nicht! Das war's mit ihm! Ich glaub, mein kleiner Bruder ist... Oh! Hahaha! Wie... Wie... Wie bist du wieder hier hochgekommen? Wie? Ich hab ganz viele Enderperren! Du kannst mich nicht runterwerfen! Wechsel jetzt! 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 Mach es! Okay, vielleicht... Geh ich jetzt lieber einfach wieder! Wir sehen uns später, kleiner Bruder! Verschwinde! Ich geh doch schon! Boah, Leute! Ich muss zurück auf meine Insel! Ja, wir bauen jetzt weiter Lucky-Blöcke ab! Aber ich hab bisher die besten Items! Das ist schon mal richtig witzig! Auf jeden Fall! Okay! Jetzt wieder zurück auf meine Insel! Und... Sprung! So, jetzt würd ich sagen, Leute! Nehme ich mein Crafting-Table, den ich vorhin bekommen hab! Und baue mir jetzt endlich... Schaut mal! Mein Diamanten... Schwert! Aber dafür brauch ich erst noch Holz! Mann, ich hab kein Holz, Leute! Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich glaub, wenn ihr jetzt alle einen Like da lasst, dann bekomm ich Holz, Leute! Also, bitte lasst alle einen Like da! Drei... Zwei... Eins... Und jetzt alle Liken, Leute! Warum liked denn keiner? Kommt schon! Ah, jetzt! Ja! Danke für die ganzen Likes! Ganze 64 Stück hab ich gleich bekommen! Das heißt, jetzt kann ich mir endlich... Oh! Mein Diamantenschwert machen! Und gleich noch... Ne richtig coole Diamanten... Ne, wir brauchen... Wir brauchen noch eine Hose! Eine Hose, Leute! So, und noch einen Helm! So, zack! Das ziehe ich jetzt direkt an! Eine Hose und einen Helm! Jetzt hab ich eine komplette Rüstung! Haha! Und... Schaut mal! Außerdem hab ich von einem Lucky Block das hier bekommen! Das heißt Bazooka! Wollen wir das mal ausprobieren? Hm... Plexi? Was denn? Guck mal, zu mir! Nö! Okay, ich schieße jetzt! Überraschung! Boah! Oh, Mann! Oh, ich hab alles kaputt gemacht! Schaut mal, die Bazooka hat einfach so TNT-Schießende! Wow! Mann, sei bloß vorsichtig mit dem Teil! Ich glaub, du spinnst! Ja, du spinnst! Mann, Leute! Wir müssen jetzt weiter unsere Lucky Blöcke abbauen! Kommt schon! Wir müssen jetzt... Boah! Wir brauchen die beste Lucky Block Base! Ich baue jetzt einfach so oft die Lucky Blöcke ab, bis ich richtig coole Sachen bekomme! Ein verzauberter Helm zum Beispiel! Boah, ein Hero Helm! Der ist bestimmt richtig gut, Leute! Jetzt würde ich sagen, haben wir genug, um uns eine kleine Base zu bauen! Wir bauen uns jetzt eine kleine, schöne Base hin! Schaut mal, Jungs! Ich baue mir schon eine coole Base! Ja, schön für dich! Ich werde mich weiter ausrüsten! Hä? Woher hast du denn die ganzen roten Lucky Blöcke bekommen, Jimmy? Aha! Ich habe von einem Lucky Block noch mehr bekommen! Edge! Edge! Piu! Weg, 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 hier! Haha! Und bam! Das war's mit jetzt... Das war's nicht! Du denkst auch, ich habe keine Enderperlen mehr, ne? Was? Sag bloß, du hast noch Enderperlen! Hm, ganz viele! Vielleicht sollte ich dich nochmal oben einsperren! Ha! Ach, nein! Ha! Edge! Hä, was ist... Was hat er denn bekommen? Er hat einen Monster-Lucky Block! Ich will auch so einen haben! Leute, ich... Ich baue meine Base nicht! Ich werde weiter Lucky Blöcke abbauen! Ich will auch... Hä, was ist das denn? So, jetzt die nächsten... Ich will auch so eine coole Base haben! Kommt schon! Hey! Mann, hier kommt nur Müll raus! Hey! Mann! Vielleicht... Hm, Leute, ich habe so viel Müll! Ich muss erstmal alles wegmachen hier! Ich habe nämlich gar keinen Platz mehr, um Sachen aufzusammeln! Aber komm schon! Jetzt... Hier ist auch noch Müll! Hier, auch noch Müll! Hier... Oh nein, ich glaube, Blumi braucht Hilfe! Blumi kriegt ja keine Hilfe! Blumi, hier oben! Oh, hol mich raus hier, Braxy! Oh, oh, oh! Braxy, du... Du... Braxy, wo bist du? Ha! Das wüsstest du wohl gern! Hä? Ich bin unsichtbar! Hä? Nein! Nein! Jimmy will rüberkommen! Verschwindet, Jimmy! Oh, oh! Halt dich... Niemals! Halt dich fern von mir! Ich habe... Ich habe auch ein Schwert! Au! Ich gehe mal in die Base rein! Ich habe dir geholfen! Du bist der Beste, aber jetzt würde ich sagen, Braxy... Hm... Oh, wirst du... Wirst du... Eingesperrt! Warum funktioniert das nicht? Komm schon! Ich bin nicht unsichtbar, Bindu-Dussel! Jetzt habe ich dich getroffen! Und jetzt schieße ich dich mit meiner Bazooka ab! Pschiu! Oh, sie geht nicht mehr! Ey! Mann, sie muss erst neu aufgeladen werden! Ja, da oben bist du auf jeden Fall sicher! Jetzt kann ich hier in Ruhe meine Lucky-Blöcke weiter abbauen! Und schaut mal, hier unten sind noch rote Leute! So, und jetzt werde ich hier unten noch den roten abbauen! Oh, da kam irgendwas raus, aber ich habe es fallen lassen! Hm, aber warte mal, wo kommt der denn her? Hier ist noch ein Zauberstab! Hm, vielleicht muss ich den mal ausprobieren! Pschiu! Wow! Ich habe alles kaputt gemacht! Der explodiert einfach, wenn man schießt! Wie cool! Und was ist das für ein Bogen? Schaut mal, den muss ich auf Braxy... Hm, ich habe keine Pfeile! Äh, Mannu, egal, ich werde einfach weiter neue Lucky-Blöcke abbauen, bis ich da auch so eine coole Base rausbekomme! Komm schon, hier muss doch irgendwas rauskommen! Wow, wow, ganz wie TNT! Aber das bringt mir doch alles nichts! Hey, Braxy, zeig dich wieder! Ich sehe dich nicht mehr! Wo bist du? Ja, ich bin auf meiner Base! Haha! Und wo ist Jimmy? Der ist da oben! Den werde ich überraschen! Wartet, Leute! Was ist das denn? Kann ich das abbauen? Hm, nee! So, jetzt komm schon, ich will diesen Bogen... Oh! Jetzt! Braxy, bist du das? Ja, jetzt werde ich... Du kannst mich gar nicht sehen! Doch, ich schieße dich mit meinem Bogen ab! Oh nein, hör auf! Lass das! Pschiu! Ha! Daneben, du Dummkopf! Ich treffe dich! Du kriegst mich nicht! Du kannst... Au! Hey, was hast du mit Braxy gemacht? Jetzt ist er weg! Das heißt nur noch, du bist übrig! Dich krieg ich auch noch! Nein, nein, nein! Geh weg, Lumi! Sonst muss ich das machen! Ha! Ha! Das kommt davon! Alles wird hier zu sehen! Oh nein, nein, nein! Viel Spaß, Lumi! Guck mal, Leute! Jetzt, wo Braxy weg ist und nur noch mein kleiner Bruder da ist, würde ich sagen, ist es an der Zeit, den epischen Kampf zu machen! Ich werde zu dir rüberkommen! Du wirst mir gar nichts... Du wirst das nicht schaffen! Nein, meine Bazooka ist weg! Woher hast du eigentlich auch so eine Bazooka? Oh, 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 oh! Vielleicht sollte ich dich wieder einsperren! Tada! Nein, 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 nein! Lass mich raus! Du bist gemein! Jetzt hab ich dich! Jetzt werde ich dich holen! Komm! Ja, mach das! Du, du wirst das eh nicht schaffen! Niemals! Doch, doch, doch! Weißt du was? Nein, ich hab das noch! Oh, verdammt! Überraschung! Guck mal hinter dir, Jimmy! Ich kann nicht! Hey! Was willst du, Lumi? Verschwinde! Oh, verschwinde! Dein Schwert kann mir nix! Meine Rüstung ist stärker! Was? Nein! Ich hab keine Rüstung! Also, überleg's dir! Entweder ich werde dich jetzt erschießen und das Ganze werde ich gewinnen! Ich hab ganz viel Herzen bekommen! Bist du dir sicher? Ja, guck! Dann werde ich dich ganz oft! Ja? Warum stirbst du nicht? Na, was ist los, Lumi? Was hast du getrunken? Ich hab ein Saphirapfel gegessen! Und ich hab 300 Millionen Herzen! Hä? Hä? Wo bist du? Wo bist du? Jimmy? Ich werde dich finden! Nein! Ah, guck mal hier! Nein! Nein, 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 nein! Ich muss mich hochteleportieren, schnell! Jimmy! Auf Wiedersehen! Komm doch nach oben! Nein, 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 nein! Was ist mit dir? Ich bin hier unten! Ich hab so viel Herzen! Ich geh nicht drauf, Lumi! Guck mal, hier ist ganz da unten, Leute! Nein, nein, nein! Er wird mich nie wiedersehen! Es sieht so aus, als hätten wir das Ganze gewonnen, Leute! Hm, das war's dann wohl mit dir! Hau mich hoch! Oh, du lebst ja immer noch! Na, ich hab unendlich Herzen, Lumi! Ich werd hier nicht drauf gehen! Hm, na? Was mach ich jetzt, Leute? Soll ich vielleicht runterspringen und ihn vielleicht versuchen, in der Luft irgendwie zu töten oder einzusperren? Oh, mir nein! Doch! Genau, das werd ich machen! Hä? Wo bist du? Hä? 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 Warte mal, ich bin... ... ... ... Hm, vielleicht, kann schon sein! Hm, lass mich einfach weitermachen! Ich werd hier so ein cooles Ei aufmachen! Ich werd ihn jetzt mit meinem geheimen Zauberbogen abschießen, wenn ich das machen soll! Lass auf jeden Fall ein Like da, Leute! Kommt schon! Drei, zwei, eins... Jimmy, guck mal zu mir! Äh, was denn? Ich werd... Oha! Ah, was ist denn, Lumi? Ich werd dich jetzt abschießen! Sag auf Wiedersehen! Nein, nein, nein! Piu! Oh, nicht! Wow! Hä? Hä? Leute! Er ist weg! Ich... Ich glaub ich... Ich glaub ich hab... ...hab gewonnen! Oh, habt ihr das gesehen? Wie... Wie cool war das? Braxy ist weg! Jimmy ist auch weg! Ich hab das Lucky Block Insel Battle gewonnen, Leute! Boah, das hat Spaß gemacht! Wenn euch das auch so sehr gefallen hat wie mir, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da! Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, Leute! Und vergesst auch nicht, meine Freunde in der Beschreibung abzuchecken! Und wenn euch das Video gefallen hat, dann müsst ihr auch unbedingt das Video neben meinem Kopf anklicken! Das ist nämlich auch echt cool! Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns morgens auf dem Video, Leute! Bis dahin! Tschüss!